They are the most successful German rock band of all time. The whole world knows songs like Still Loving You, Rock You Like a Hurricane and Wind of Change. It's about time to hear their complete story. Are you ready to rock? Es ist wie ein Rockstar unmöglich und würde zu altern, es sei denn, er hört rechtzeitig auf. Du kommst an einen Punkt, wo du einfach nicht mehr weitermachen kannst. Ne, abschützt, du macht's hin. Wir sind vermittelt worden auch vom Arbeitsamt Hannover. Der rief an, Herr Schenker, ich habe einen Job für Sie, ein Goslar Tennis Club. Wir haben in diesem Bandwettbewerb gespielt und der Erste bekommt einen Schallplattenvertrag. Sie hätten den Wettbewerb eigentlich gewonnen, wurden aber dann disqualifiziert, weil sie waren zu laut. Diesem Deutschsein, dem wollten wir entfliehen. Nicht gut, gar nicht. Mit der naiven Vision, eines Tages spielen wir überall in der Welt. Das ist ein Mann wie Gorbatsch auf dem Skorpion einwählte. Das war vorher unvorstellbar. Wir sind so schnell unterwegs, unsere Seele kommt schon lange nicht mehr mit. Irgendwann fällt man dann auch in sich zusammen. Du kannst dich ja nie wirklich fallen lassen. Das kannst du dir dann wirklich nur zu Hause. Block'n'Roll ist keine Musik, sondern eine Emotion. We are you! We are you! We are you! Gerade jetzt in diesem Moment, wo es uns so viel Spaß macht, wo es so super läuft, ist es ehrlich gesagt eine abartige Vorstellung, das nicht mehr zu machen. We are you! We are you! We are you! In the land of the morning star! Und we are you! We are you! Heyna-ro 161! 富izing Wolf! remindjord Vinnie We are you. Of course, we are you! We are you! Vielen Dank.